was geht ab und herzlich willkommen zu einem neuen video auf meinem kanal no time ma es gibt einen sehr sehr interessanten fighter der nicht mehr aktiv in der ufc kämpft aber so verdammt viel potenzial hatte dass wirklich jeder dachte er ist der neue dominanteste weltergewichtsfighter in der ufc und wird es auch für eine lange lange zeit bleiben dann hat er aber auf einmal im jahr 2013 aufgehört zu kämpfen die rede ist von atlan amagov er ist ein ufc-fighter mit tschetschenischem background welcher 14 zu 2 stand als er aufgehört hat in seiner karriere ja sein letzter ufc-kampf war im jahr 2013 den er da auch durch tko in der ersten runde gewonnen gehabt danach hat er noch irgendwann mal im jahr 2016 gekämpft und es ist eine story aufgetaucht von ihm wie er zusammen mit john jones trainiert hat obwohl er ihr müsst es vergleichen ein weltergewicht war und john jones ein halbschwergewicht atlan amagov hatte auch den nickname boss bevor hamza chemayev ihn trug er war damals der boss in der ufc und hat diesen namen auch da rein getragen wenn ihr wollt werde ich auch noch mal ein eigenes video von ihm machen ein anderer team kollege von john jones oder ehemaliger auf sparingspartner auf jeden fall hat in einem interview jetzt erklärt was damals zwischen amagov und john jones passiert ist denn die beiden haben wie gesagt sparring miteinander gemacht john jones war natürlich damals auch noch viel jünger in seiner karriere aber hat hart trainiert und wollte dementsprechend auch einiges leisten und gegen top leute kämpfen amagov war damals in seiner blüte zeit in seiner prime und hat das wirklich unmögliche was man sich nicht vorstellen kann möglich gemacht er john jones ausgenockt er john jones welcher noch nie in seinen kämpfen zumindest ausgenockt wurde wirklich im sparring zum schreien gebracht ja man hat wirklich gehört wie john jones durchs ganze gym geschrien hat und der team kollege dachte dass irgendjemand einen stich bekommen hat oder sonst irgendwas in der art aber es war nicht so er ist runter gegangen als nicht live gesehen weil er oben trainiert hat ist runter gegangen und hat dann gesehen wie john jones wirklich schreiend so am boden lag und wirklich den schmerz richtig gefühlt hat in seinem schrei und dass er halt in dementsprechend total hart in die leber getroffen wurde so das war halt der ausgang der situation und dann war jeder drumherum auch wirklich geschockt was da passiert ist und john jones wollte halt wirklich in der nächsten sparring einheit einfach ein direktes rematch haben er wollte das ding und den sack zu machen und zeigen dass er der bessere mann ist john jones hat damals auch im jahr 2011 gesagt gehabt ja wir haben sparring gemacht für 20 minuten lang und atlan amagov hat mich ausgenockt er hat mich so hart in die leber gekickt dass ich nicht atmen konnte ich habe wirklich nichts mehr gefühlt ich war wie paralysiert ich bin auf den boden gefallen konnte nichts mehr tun es war das einzige mal dass ich jemals ausgenockt wurde und ich werde das niemals vergessen das ist die story die john jones und amagov damals verbunden hatte schade dass er nicht mehr kämpft aber ich werde auf jeden fall mal recherchieren was da genau passiert ist er hatte bestimmt richtig richtig viel potenzial schreiben auch mal dazu in die kommentare was denkt ihr über das ganze ich finde es ultra interessant dass wir es mit dem video bis zum nächsten mal hier bei no time in may